Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Princess Peach. Im letzten Part haben wir den Boss von Welt 4 einen Wickler besiegt und wir haben dann auch schon mit der 5. Welt, dem Welleneiland, angefangen, wo wir schon die ersten beiden Level daraus abschließen konnten. Und jetzt machen wir am besten noch gleich weiter mit dem 3. Level, würde ich vorschlagen. Let's go! Okay, Peach sieht es genauso, sie wird auch gleich loslegen. Deswegen machen wir es auch gleich. Erstmal ein großer Sprungwert. Hui! Und wir können es nochmal kurz testen. Hier haben wir jetzt dann so einen dicken Wasserstrom. Genau. Und der wird jetzt dann, oder der gilt hier wie eine Wand. Es gibt noch keine extra Animation oder sowas. Ich kann da einfach nicht dran vorbei. Und muss dann eben erst irgendwo einen Schalter finden, wie diesen hier. Okay, der den Wasserstrahl gar nicht ausgemacht hat, der aber dann irgendeinen anderen Wasserstrahl ausgemacht hat, schätze ich mal. Aber ich weiß nicht genau welchen. Oder ich muss, anja, okay, ich muss einfach beide zugleich drücken und dann geht's aus. Okay, macht auch Sinn. Alles klar. Und dann komme ich eben hier rein. Und kann dann hier erstmal weitere Münzen finden, die ich gerne mitnehmen will. So, noch mehr Münzen, wunderbar. Aber ansonsten nichts mehr, okay. Aber ich meine, hier in dem Raum ist ja auch nichts, weil ja Peach, glaube ich gerade, eben kein Ausrufezeichen auf dem Touchscreen angezeigt hat. Deswegen wirklich was super Wichtiges wird es dann hier eh schon gar nicht geben. Außer halt vielleicht Münzen oder sowas. Okay, da oben komme ich dann wieder zurück. Aber da waren wir gerade eben schon. Deswegen gehe ich dann gleich weiter auf die rechte Seite. Zu weiteren lustigen Piranha-Pflanzen, die ich auch gleich wieder töten kann. Ganz fies. So, und da oben ist dann gleich schon eine Röhre in den nächsten Raum. Und da finden wir jetzt vielleicht schon etwas. Ja, da ist etwas. Okay. Besser ist mal vielleicht kurz Vollheim, würde ich sagen. Und nochmal kurz euch auffuttern. So. Dass wir erstmal volle KP und auch dann eine volle Gemützeleiste haben. Wunderbar. Jetzt kann ich ja wieder die Gegner auch schön töten, um dann Münzen von denen zu erhalten. Ähm, was ist da oben? Das ist interessant aus. Wir werden kurz gucken, was du machst. Du lässt da Plattformen erscheinen. Ah, okay. Alles klar. Mhm. So. Und ich könnte natürlich jetzt einfach dann auch hier nach oben schweben. Das würde, glaube ich, auch gehen. Aber ich werde es mal so machen, wie es auch gedacht ist. Und zwar, dass ich mit diesen Speeren da nach oben gehe. Obwohl es vielleicht sogar doch so ist, dass der gar nicht nach oben schweben kann. Weil dann vielleicht wieder diese komischen Luftbläschen da im Weg sind, die wir zum ersten Mal, glaube ich, im Geisterhaus... Verdammt. Im Geisterhaus halt in Welt 3 gesehen haben. Ich würde jetzt mal auf jeden Fall das so oder so dann auf dem eigentlich gedachten Wege machen. Nicht mit diesen Speeren hier. So. Jetzt dann schön hier nach links rüberfliegen. Okay. Seht ihr mal. Es geht nämlich nicht. Yay. Thanks. Denn wenn ich hier versuchte zu schweben, dann würde mir viele Dinge aufhalten und ich muss wieder nach unten. Genau. Deswegen würde es eh nicht klappen. Okay. Aber was ist denn dann noch da zu finden? Oder ist es einfach nur halt dafür da, dass die dann da einschlagen? Ja. Da kann ich aber übrigens auch nicht nach oben fliegen. Okay. Dann würde ich nochmal ganz gerne da ganz nach links fliegen wollen mit den Speeren. Weil dann vielleicht nochmal auch irgendwas anderes dann noch ist. Muss zwar jetzt nicht unbedingt sein. Vielleicht sind eben die Blöcke wirklich nur dafür da, um halt dann die Speere einfach irgendwie aufzuhalten. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich hier sogar dann gleich zwei Sachen mitnehmen kann. Einmal den Toten halt da links dann nochmal irgendwas. Okay. Ich muss sogar auch ducken hier. Kann ich das nach oben? Nee. Erst auf jetzt? Muss ja jetzt nochmal dann... Oder kann ich warten? Ja, ich glaube, die kommen noch nicht mit, ne? Kann ich nicht einfach nach oben springen? Das schafft sie doch, oder? Wenn ich da richtig springe. Okay. Sehr gut. Wunderbar. Und ja, hier ist ein weiterer Bonusraum oder sowas. Bin ich jetzt. Ah, siehst du mal. Ein Puzzleteil. Ja, echt schon gar nicht mal so einfach. Und was macht die andere Röhre? Die führt mich jetzt aber in einen komplett anderen Raum, oder wie? Das ist ja auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Das ist ja definitiv Bonus, wo ich jetzt bin. Äh. Okay, und ich falle ganz tief. Hm. Ich hab jetzt irgendwie den Eindruck, dass ich jetzt dann doch im nächsten Raum bin, oder? Und dass ich halt diesen Raum hier auch... Okay. Wow. Dass ich halt diesen Raum hier auf normalen Wege hätte betreten können, oder? Ich muss das nochmal kurz austesten, ne? Mal kurz nach... Alter, hör mal auf zu nerven, ne? Mal kurz nach links zurücklaufen. Und der Lakitu wirft übrigens... Okay, das hab ich gar nicht gemerkt. Der wirft explodierende Stachis. Interessant. Äh, wo komm ich jetzt hier raus? Lass mal kurz gucken. Im Raum von grad eben, oder? Ne, das ist wieder... Wieder ein anderer Raum. Ähm... Okay. Das Level ist jetzt das erste, was mir jetzt so richtig, richtig hart wird. Ich mein, wir hatten zwar auch schon... Vor allem in Welt 3 ein paar Level, die ich verwirrend fand. Aber hier hab ich jetzt überhaupt keine Ahnung, wie jetzt der Aufbau hier ist. Hab ich da jetzt wirklich so viel geskippt, oder wie? Jetzt... Hä? Oder ist es in dem Level so, dass man jetzt von... Tatsächlich von rechts nach links laufen muss? Und dass ich jetzt den richtigen Weg entlang gelaufen bin? Ich mein, ich bin halt immer nach links gelaufen, ne? Weil ich eben den Weg zurücklaufen wollte. Aber ich bin dann jetzt anscheinend den richtigen Weg gelaufen, oder wie? Oder? Ist das jetzt so? Das war ein schlafender. Ähm... Ja, da hab ich jetzt wie gesagt dann so ein bisschen verwirrt. Muss ich jetzt zugeben mit dem Level. Das ist jetzt wirklich das erste, wo ich überhaupt keine Ahnung hab, wie der Aufbau ist. Und wo ich jetzt dann auch selber gleich gucken muss, dass hier alles hinkriegt. Ist auch ein riesengroßes Level übrigens. Also auch die einzelnen Räume sind ziemlich groß und komplex. Ähm... Und da unten war ein Tod. Ja, ich weiß schon. Also ja, das Level hat es jetzt dann schon ein bisschen melden sich auf jeden Fall. Ähm... Weil hier unten irgendwas tolles oder einfach nur... Ja doch, da war schon was tolles. Na genau, da komme ich jetzt hier hindurch mit den Bällen wieder mal. Aber es führt mich nur zu Münzen, oder wie? Ja, schon. Und ich hab halt zugleich auch eine Abkürzung. Dann hier nach rechts, wenn ich will. Das ist auch nicht schlecht, schätze ich mal. Okay. Nämlich auch auf jeden Fall gerne an dieser... Na Moment. Diese Abkürzung da. Aber ich bin jetzt dann doch, wie gesagt, hab jetzt dann doch den Eindruck, dass ich da jetzt einiges verpasst habe. Äh, nachdem ich da jetzt gerade eben diese anderen Räume so total schnell durchgelaufen bin. Weil ich halt eben dachte, dass wenn ich nach links laufe, dass ich dann den Weg auch zurücklaufe. Weil ich halt so weit zurück wollte, wie es irgendwie ging. Weil ich eben dachte, dass ich da jetzt total viel geskippt hätte. Hm. Naja, sehr, sehr verwirrend auf jeden Fall. Ich hab definitiv den Eindruck, dass wir dann das Level gleich noch ein zweites Mal spielen müssen. Äh, da ich dann jetzt doch hier, glaub ich, echt einiges verpasst habe. Hm. So. Nein, jetzt bin ich hier. Ernsthaft jetzt? Ich hab da so viel geskippt mit dieser einen Röhre da. Okay. Das ist aber jetzt auch ein bisschen komisch, muss ich zugeben. Weil ich mein, das war jetzt vielleicht für Speedruns und so ganz toll. Aber ich mein, hier in diesem Raum war ja auch ein Toad zu finden, den ich dann wirklich gerade eben komplett geskippt habe. Mit dieser einen Röhre, wo man halt nicht so leicht hinkommt. Und die Belohnung dafür, um zu dieser Röhre hinzukommen, ist dann, dass ich dann diese ganzen Räume skippen kann, wo aber auch ein Toad zu finden ist. Und wenn ich den doch noch holen will, muss ich dann sehr, sehr weit zurücklaufen nach links. Und zwar wirklich auch weiter, als man vielleicht denken mag. Das ist schon irgendwie komisch, wie ich finde. Und ich mein, hier ist ja sogar auch nochmal was, aber hier ist kein Toad, oder? Weil hier ist ja kein Ausrufe zu sein gewesen. Da ist ein größer Bucke, der sich natürlich genau dann ausfährt, wenn ich gerade über den Drüber springen will. Die weiteren Münzen sind hier. Und Herzen und Gemütskristall und sowas. Aber ansonsten anscheinend nichts. Okay. Ja, das ist aber jetzt dann echt ein bisschen komisch. Und auch jetzt irgendwie dann auch doch Game-Design-mäßig nicht so ganz ideal. Aber wie gesagt, für Speedruns ist es zwar ganz cool, dass man da halt schön abkürzen kann. Und dass man dann schnell halt ans Ende vom Level auch kommen kann. Viel schneller auch als normalerweise. Das stimmt schon. Aber wenn ich halt dann da Toads verpasse, die man ja eigentlich schon auch meisten zu irgendwie mitnehmen will. Dann ist es schon ein bisschen komisch, muss ich zugeben. Weil ich mein, vor allem ist es ja auch so, dass wenn man halt da extra zu diesem einen Secret am Anfang mit den Speeren hingeht. Dass man dann wahrscheinlich eh jemand sein wird, der das Spiel zu 100% durchspielen will. Oder halt zumindest alle Toads haben will. Und dann wird man halt bei diesem einen Toad da verarscht. Und da ist es halt so, dass man dann den auslässt. Das ist ein bisschen komisch, wie ich finde. Aber so ist. Und wie gesagt, der hier wirft wirklich explodierende Stachis. Habe ich auch noch nie gesehen, sowas. Aber na gut, warum denn nicht? Aber sowas dazu, uns fehlt ja auf jeden Fall noch ein weiterer Toad. Einen Puzzleteil haben wir hier schon gefunden. Deswegen, bonusmäßig dürfte uns ansonsten nichts mehr fehlen. Halt nur noch ein Toad. Vielleicht noch wieder ein weiteres Minispiel, da uns da ja auch noch eins fehlt. Weil drei gibt es ja. Und wir haben ja erst zwei Minispiel, glaube ich, gefunden. Deswegen, da kommt auch nochmal dann irgendwann eines. Aber vielleicht, ich meine, vielleicht hier in dem Level, keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Wir werden dann schon auch sehen. Alles. Ich habe jetzt übrigens hier die Treibstände nicht immer überprüft, weil in den Treibständen eigentlich nur dann etwas ist, wenn ich halt wirklich erkennen kann, dass da unten auch irgendwie eine Lücke ist, durch die ich hindurch fallen kann oder sowas. Aber da war nirgendwo ein, deswegen, da dürfte auch nichts gewesen sein. Aber hier ist eh noch was in dem Level, oder nicht in dem Level, in diesem Raum hier, meine ich. Deswegen hier jetzt dann gleich können wir dann auch schon das Level dann wahrscheinlich abschließen. Dieses wirklich sehr, sehr kompliziert aufgebaute Level, wie ich finde. Da man halt mit diesem Einskip da dann so mega viel verpasst. Und dann eben auch einen Toad. Finde ich halt echt ein bisschen komisch. So, du freust dich ein bisschen zu sehr, meine Liebe. Ich will dich mal kurz töten. Bam. Und da links unten habe ich gerade schon den Toad gesehen. Keine Sorge. Wir werden wir auf jeden Fall gleich holen, wenn ich weiß, wie ich da rankomme. Ähm, okay, hier komme ich da rein. Moment. Soll ich dann hochspringen? Oder fliegen? Dann wieder kurz heulen. Dann wieder mal die arme Sunbook mit den süßen Augen. Musste leider sterben. Aber ich muss zum Toad hin. Tut mir leid. Thank you. So, okay. Und dann dürfte auch schon relativ bald das Ziel kommen, schätze ich mal. Setz mal kurz dann hier, für was will ich mir entscheiden. Ich habe mich immer von links entschieden und zwar immer falsch. Ich meine, vielleicht ist es jetzt richtig. Aber ich werde jetzt mal dann doch die Mitte nehmen. Und das war nicht so ganz toll. Hm. Ja, das war jetzt eigentlich so ganz toll, weil ich da schon halt irgendwann ganz gerne auch den Checkpoint kriegen wollen würde. Aber hatten wir es leider nicht. Ich meine, beim Checkpoint kriege ich halt einfach dann mehr Münzen logischerweise. Und ich halte jetzt immer nicht so viele bisher. Naja. Und wieder mal so einen Unterwasserabschnitt. Und zwar gleich gepaart mit einem Strollingabschnitt auch noch. Okay. So, ich werde jetzt wieder dann häufiger mal ein bisschen lauter, das hat jetzt nicht ganz geklappt, mal ein bisschen lauter vielleicht reden müssen, während dann Gegner direkt vor mir sind. Da müsst ihr echt aufpassen. Und diese Dinger haben wir übrigens auch aus Super Mario World. Das ist auch interessant. Kamt ihr ansonsten in irgendeinem anderen Spiel eigentlich außer Super Mario World und halt jetzt hier so übrigens das Peach nochmal vor? Ich weiß es gar nicht genau. Aber das ist ja auch etwas, was ich schon häufiger mal gesagt habe. Dass hier wirklich einige interessante Gegnerarten aus den verschiedensten Mario-Spielen schon oben, oder? Ja, keine Ahnung. Aus den verschiedensten Mario-Spielen vorkommen. Alles klar. Die man vielleicht ansonsten in vielen anderen Spielen dann nicht mehr gesehen hat. Deswegen, das finde ich halt echt ganz cool. Weil ich meine, wie gesagt, diese Gegner, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass die dann in irgendwelchen anderen, ich muss aufpassen, in irgendwelchen anderen Mario-Spielen auch noch vorkamen. Außer halt Mario World und dann eben hier. Finde ich echt ganz cool. So, ja, aufpassen. Das Problem ist eben auch, dass ich hier bei so einem Unterwasser-Abschnitt oder auch bei den Gondel-Abschnitten, dass ich dort auch nicht auf mein Gemüt zugreifen kann. Können wir ja rechts unten auf dem Touchscreen auch sehen, das sind keine Herzen oder sowas. Deswegen kann ich mich dann eben während diesen Unterwasser-Abschnitten und während den Gondel-Abschnitten oder sowas auch nicht teilen. Deswegen, da muss man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. So. Aber passt ja alles. Hier ist nämlich der Rückweg, wenn ich das nochmal machen will. Aber will ich nicht. Ich will dann gleich am besten das Level auch schonen bänden. Am besten mal kurz heilen auch. Denn arg lang dürfte das Level auch schon nicht mehr gehen. Schätze ich eigentlich mal. So kommen wir da kurz her. Dankeschön. Alles klar. Und hier einfach entlang jumpen. So. Und das Ziel. So. Yay. Sehr schön. Ich will glaube ich sogar noch nicht in den Laden gehen, weil ich habe es nämlich schon gesehen, dass ich mir glaube ich bei 1500 Münzen wieder etwas kaufen will erstmal. Und aber jetzt nochmal noch nicht, deswegen mache ich das nächste Level auch gleich noch. Aber nachdem werde ich dann wahrscheinlich mal kaufen. Mal gucken. So. Und gleich am Anfang ist es was. Vielleicht hat es mit dem Lakito zu tun, von dem ich mich am besten nicht treffen lassen will bitte. So. Geld will ich auch haben. Und. Na komm. Geh rauf. Okay. Das muss ich gleich mal. Ich kann die Wolken anscheinend, wenn ich froh bin, mit dem Zyklon dann zerstören. Das wollte ich jetzt nicht so ganz. Ähm. Ja. Das ist ein bisschen doof, weil ich mir nämlich schon recht sicher bin, dass dann vielleicht da oben halt was zu finden sein wird. Einen Trampolin kriege ich jetzt auch noch. Ich werde jetzt erstmal nach dem Boden weiter entlang gehen. Vielleicht finde ich jetzt doch noch am Boden hier dann gleich einen Tod oder sowas. Aber ich glaube schon, dass ich den dann oben finden kann. Ich mache es mal erstmal noch weiter hier ein bisschen. Da oben vielleicht. Das kann aber auch sein. Ah ne. Ist der richtige Weg. Dann vielleicht halt da unten bei dem Ball oder so. Kann das vielleicht sein. Hier so. Auf der anderen Seite. Ähm. Irgendwas sehe ich da rechts. Aber ich kann es nicht ganz erkennen. Ist das Puzzleteil? Also ganz, ganz knapp rechts erkennen kann. Das könnte eigentlich drehen. Das ist das Puzzleteil vielleicht sein. So. Da kommt das nicht durch. Ähm. Ja. Ah ne. Okay. Das war aber die Münze, die ich gesehen habe, die sich da gedreht hat. Aber es ist trotzdem hier ein Puzzleteil. Das war aber, glaube ich, die Münze, die ich gesehen habe. Ich meine schon, weil die Münzen drehen sich ja auch. Deswegen ist das, glaube ich, die Münze. Aber ist ja so oder so. Okay. Aber heißt das jetzt wirklich, dass ich dann da hoch in den Wolken nichts finden kann? Und warum ist das Trampolin eigentlich da? Das habe ich jetzt gar nichts gebraucht für nix. Oder? Habe ich jetzt irgendwas gebraucht? Ne. Überhaupt nicht. Hm. Ich kann ja auch solche Objekte nicht in den nächsten Raum mitnehmen. Ne, kann ich nicht. Hm. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe da jetzt vielleicht noch irgendwas anderes auch verpasst in dem Raum gerade eben. Könnte sein. Ähm. Ich soll mal ganz, ich, äh, ja, das will ich noch mal kurz machen. Ich soll mal ganz, ganz kurz zurückgehen und gucke, ob hier noch mal irgendwas anderes auch zu finden war. Moment. Ne, das sagt nix. Dann waren hier höchstens auch vielleicht irgendwo Münzen, die ich da jetzt mal auslassen werde. Wenn da jetzt noch irgendwas war, vielleicht war das Trampolin noch einfach nur random da und hatte keinen Sinn. Glaube ich zwar weniger, aber kann ja sein, ich habe keinen Peil. Aber ich werde es dann halt auch hier weitermachen. Und mich am besten nicht immer von jedem Scheiß treffen lassen. Aber es ist auf dem Treibsack einfach einfach, weil ich da eben nicht so hoch springen kann von dem Weg. Weil ich dann eben immer nach unten gesungen werde. Und währenddessen laufen noch diese traurigen Stachis hier total schnell entlang. Es ist schon gar nicht mal so einfach gewesen. Und da oben ist was. Ich will da kurz hochfliegen. Da waren gerade schon wieder Kettenhunde übrigens, ohne Kette. Äh, das sind Röhre. Und da oben ist noch anderes Zeugs. Äh, okay, da oben ist ein Toad. Haben wir gerade ganz knapp wieder erkennen können. Am oben im Bildschirmrand. Ähm, ich gehe jetzt mal kurz da rein. Und, okay, ich bin bei dem Scrolling auch schon wieder mal. Okay, alles klar. Erstmal ein paar Gegner wegwirbeln. Ah, dann gleich auch wieder ein paar von denen vielleicht auffuttern. Um dann wieder etwas mehr Gemüt zu erhalten. Am besten hier die Parakupas. Die Pokés kann ich nämlich, glaube ich, nicht auffressen. Weil ich die auch gar nicht aufnehmen kann, ne? Meine ich. Deswegen will ich dann doch da eher die Kupas dafür benutzen. So, vielen Dank. Alles klar. Und noch mehr vielleicht, dass ich dann gleich die voll habe. Wunderbar. Ja, ist ja schon. Ui, und dann kann ich doch wieder auch zerschlagen, wollte ich sagen. Ah, ich habe schon wieder Schaden genommen, wie ich mir am besten dann gleich wieder heilen. Ich bin jetzt ziemlich schlecht hier irgendwie. So. Und, ja, genau, kann ich nicht aufnehmen. Weil ich meine, ich kann auch nicht mal gegen den schlagen. Weil ich dann wieder irgendwie, weil da auf jeden Fall meine Schläge irgendwie abprallen oder sowas. Deswegen ist das geht auf jeden Fall nicht. Ah, und da gehen wir am besten den Schießschirm hier benutzen, weil es echt cool ist. Wenn die Hammerbrüder dann noch schlafen. Das ist echt wunderbar. So, aber so spannend war jetzt dieser Scrolling-Abstand ordentlich, ehrlich gesagt. Komme ich vielleicht jetzt bei dem Tod da oben raus? Ja, sehr schön. Thanks. So. Und dann gehe ich mal am besten hier nach oben gleich. Ja. Und dann wieder nach unten zurück, weil hier oben ist dann, denke ich mal, nichts mehr. Vermute ich jetzt mal. Außer eine Schlucht. Okay, das war jetzt auch blöd. Ich dachte, ich hätte gerade eben noch schnell genug auf die Freude getippt, weil ich wollte mich noch retten, indem ich halt nach oben fliege. Ich war anscheinend zu langsam, war schon in der Schlucht. Deswegen galt es dann, alter, deswegen galt es dann anscheinend nicht mehr. Schade eigentlich. Am besten, glaube ich, muss ich echt aufpassen, weil ich jetzt dann doch schon hier immer relativ viel Schaden nehme. Und hier bei dem Ketten- und Abschnitt werde ich bestimmt auch ein paar Mal getroffen werden. Deswegen jetzt ist dann doch mal ein bisschen Vorsicht vielleicht geboten. Ja, das war zu viel Risiko. Ihr müsst euch mal aufpassen. Am besten mal sofort eine Schlucht halt auch nehmen, wenn ich... Oder halt nicht eine Schlucht, aber halt hier so eine kleine Einbuchtung hier eine nehmen, wenn ich auch eine sehe. So. Okay, hier ist auch ein Herz. Vielen Dank. Und weiter und das dürfen wir, glaube ich, schon safe sein, erstmal hier. Okay. Gut. Aber gar nicht mal so ein leichtes Level bisher, finde ich. So, ich habe wieder zwei Wege. Ich gehe erstmal zu dem Ball entlang, weil dort häufig sie kürzen, habe ich den Eindruck. So, erstmal alles zerstören. Wunderbar. Aha, das war einfach. Thanks. So. Ähm, wenn ich da jetzt hochgehe, komme ich da jetzt woanders hin, als wenn ich jetzt da links entlang gehen würde? Ich gehe es gar nicht mal zuerst links entlang, weil ich bei der Leiter nicht wieder nach unten gehen kann. Aber bei diesen komischen Blöcken kann ich halt nicht wieder nach unten. Deswegen das mal kurz nachgucken. Äh, nee, ist exakt derselbe Ort. Okay, aber hätte es sein können, dass ich aber anders hin komme. Aber nee, ist nicht so. Okay. Und das war es schon mit dem Raum. Also auch ein sehr kleiner Raum auf jeden Fall. Und hier ist dann das nächste Secret. Alles klar. Und zwar dann auch schon das letzte. Denn wir haben ja auch schon ein Puzzleteil gefunden. Deswegen dann ist eben hier noch irgendwo ein weiterer Toad der letzte. Und dann haben wir auch schon alles hier geschafft. So, und den Wasserstrahl muss ich irgendwie wegbekommen. Den ersten Block habe ich dafür schon aktiviert. Und das muss man auch irgendwo dann ein oder auch zwei oder drei oder fünf Millionen weitere geben. Ich hoffe nicht fünf Millionen, das wäre ein bisschen viel. Mal gucken. So. Warum laufe ich ja hier in jeden Gegner rein? Kann ich wahr sein? So. Okay. Okay. Zwei sind insgesamt. Alles klar. Und hier in der Mitte ist der Toad. Okay. 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 Mit weinen Ohr. Mit weinenden Cheepcheeps und auch Kugeln, die sie mir verfolgen. Oder halt nicht verfolgen, aber die halt auf mich zugeschossen kommen. Und das ist gar noch ein ziemlich großer Raum. Anscheinend. Okay. Aber anscheinend. Okay. Das ist ganz gut. Okay. Okay. Ich bin da auf jeden Fall. Ich bin da auf jeden Fall. Ich bin da auf jeden Fall. Okay. Okay. hier. Okay. Egal. Okay. ich bin da auf jeden Fall. Gehalt mit 4,5 Hertz und der vollen Gemütsleiste. Wunderbar. Und hier ist etwas. So. Ich soll nach oben. Ja. Mach mal. So. Äh. Ne. Ich werde auf. Ja. Ihr seid da witzig. Okay. Es wird mir gesagt, ich soll nach oben gehen, aber ich werde dann da aufgehalten. Toll. Dann muss ich irgendwie anders nach oben kommen. Vielleicht hier mit den Speern. Die ich dann irgendwo hier auf der rechten Seite ganz oben finden kann. Oder so. Könnte es mal sein. Hier sind übrigens auch wirklich Kettenhunde. Mit einer Kette auch. Die ich glaube ich schon töten kann. Das ist nicht so. Die kann ich töten. Mit der Kette aber die großen kann ich nicht töten. Okay. Ähm. Ach Gott. Ich konnte doch jetzt hier nach oben fliegen. Oder und da doch irgendwas finden. Oder? Genau. Hier ist irgendwas. Ja. Das ist aber doch nichts. Oder? Ne. Doch da oben ist schon etwas. Moment. Ähm. Hier. Ne. Immer noch nicht. Hier. Okay. Da ist ein Speer. Das ist ja auch total fies. Okay. Und ich muss mal irgendwo eine Röhre finden und dann komme ich da nach rechts zu einem anderen Secret wieder oben. Ja. Das wird auch schon sehr schwer wie ich finde. Aber erstmal hier ein Tod. Thanks. So. Okay. Ähm. Erstmal muss ich halt gucken. Ähm. Was ich jetzt da noch an diesem anderen Ort da mit dieser Röhre da mache. Ich würde vielleicht sogar gleich nochmal nach oben fliegen. Ich würde das nochmal ein bisschen genauer angucken. Ähm. Ich würde mal kurz am besten dann hier nach oben fliegen. War das glaube ich ungefähr. Ja genau. Ich muss da irgendwie aus einer Röhre rauskommen und dann kann ich da noch wieder so eine Sun Burg. Dann weg machen. Hm. Okay. Ich weiß es nicht ob ich dann diese Röhre in diesem Raum finden kann. Weil ich meine das ist ja die richtige. Das ist ja einfach die Röhre wo ich halt weiterkomme. Aber keine Bonusröhre. Hm. Ja vielleicht finde ich jetzt dann eigentlich in diesem Raum hier irgendwie dann eine Möglichkeit oder so um dann an diesen einen Ort hinzukommen. Ich hoffe es zumindest mal. Weil ich dann ansonsten nämlich nicht wirklich eine andere Ahnung noch irgendwie hätte. Keine Ahnung. Bam. Ist die Röhre Bonus oder ist es die richtige? Ich meine da unten geht es auch noch weiter. Äh. Da ist noch ein Toad. Ne das hier ist doch ein Bonus oder wo ich gerade bin. Hier ist auch noch. What? Okay. Jetzt gibt es auch wieder irgendwie sehr viele Wege. Die hier entlang gehen könnte. Erstmal hier unten ist ja dann gleich ein Toad den ich holen will. Das ist ganz klar. Ja. Okay. So. Aber welche Röhre ist jetzt Bonus und welche ist die richtige? Ähm. Da ja auch der Toad hier unten Bonus war, ist dann vielleicht die Röhre hier auch Bonus. Deswegen gehe ich erstmal hier entlang. Und es kommt so ein Abschnitt. Ähm. Kann ich nochmal zurückgehen nochmal kurz? Aber ich weiß halt jetzt nicht genau. Ist irgendwie blöd. Wenn ich da jetzt echt nicht sicher bin, was es da dann richtig ist. Ich will nochmal kurz angucken, wo ich denn hier bei der oberen Röhre rauskomme. Ähm. Vielleicht komme ich da jetzt direkt zu diesem einen Ort. Ah ok. Sehr schön. Weißt du die richtige Entscheidung. Denn das hier ist tatsächlich dann Bonus. So. Okay. So. Hätten wir das noch erklärt. Wunderbar. Gut. Dann wieder zurück. Und dann eben gleich noch diesen Unterwasserabschnitt da. Und gleich spielen. Wo ich dann gleich wieder ein bisschen mehr und vielleicht auch lauter reden muss. Wenn dann mein Gegner direkt vor mir steht. Oder was ich dann vielleicht auch machen kann. Ist, dass ich dann den 3DS einfach ein bisschen näher an meinen Mund ran halte. Dass ich halt trotzdem weiterhin in der normalen Lautstärke sprechen kann. Aber dass ich eben, wenn ich den 3DS näher an meinen Mund und an mein Gesicht hin halte. Dass eben dann ich näher am Mikrofon bin. Na das klappt auch nur so halt ne. Ich werde doch jetzt ein bisschen häufiger glaube ich pusten. Das ist ja auch nicht so laut für euch. Oder ich glaube nicht. So. Ich werde jetzt aber nicht jeden Block zerstören. Das würde viel zu lange dauern. Wäre viel zu nervig. Ich werde es mal dann sein lassen. Ich würde sogar weitere Münzen erhalten. Aber ich lasse das jetzt nochmal. So. Okay. Ähm. Dann nach oben komme ich. Ich kann die ja zerstören oder? Kann ich das? Kann ich ja. Okay. Und das ist schon ein bisschen mehr so Labyrinth mäßig. Dieser Abschnitt hier. Und dementsprechend auch gar nicht mehr so einfach. Das Gute ist aber, dass man glaube ich hier bei solchen Bonus-Mini-Spiele-Abschnitten, wie halt hier beim U-Boot oder auch bei der Gondel, dass man da glaube ich niemals etwas Wichtiges finden kann. Das Einzige, was vielleicht sein kann, ist, dass hier irgendwo mal eine Wegabzahlung gibt. Und dass ich halt dann mit einer besonderen Röhre dann an einen anderen Ort hinkomme, außerhalb von diesem U-Boot-Abschnitt hier, wo ich dann schon einen Toad oder sowas finden kann. Das kann glaube ich schon sein. Vielleicht. Ähm. Hä. Da oben ist nämlich eine andere Röhre diesmal. Ähm. Ähm. Ja. Das ist gar nicht mal so einfach. Ähm. Hatte ich da jetzt irgendwie eine Möglichkeit da hinzukommen zu der? Weil die obere wirkt nämlich auch wieder ein bisschen eher nach Bonus, finde ich. Ähm. Aber es kann auch sein, dass ich da erst später hinkomme vielleicht sogar. Äh. Ja, da komme ich jetzt nämlich noch gar nicht hin, ne? Hm. Okay. Dann ist es vielleicht so, dass ich jetzt dann gleich halt erstmal diesen Abschnitt wieder verlassen muss. Und dass ich aber, verdammt, dass ich aber dann später nochmal dann aus der oberen Röhre rauskomme. Dass ich da nochmal von rechts nach links schwimmen muss. Alter, du nervst mich. Von rechts nach links schwimmen muss oder sowas. Und dass ich halt dann da entlang gehen kann. Oder so. Vielleicht. Ich werde es mal hier dann durchgehen, weil ich da jetzt irgendwie keinen Weg gefunden habe, dann nach oben zu kommen. Kennen wir da draußen erstmal? Hm. Ja, ich meine, wenn ich jetzt dann gleich nicht mehr eine Möglichkeit finde, dort noch nach oben zu kommen, werde ich dann auf jeden Fall mal nach dem Part mich da ein bisschen schlau machen. Ähm. Ob man da jetzt noch irgendwie hätte hinkommen können oder so. Weil ich meine, eigentlich ja schon, weil die machen ja nicht umsonst noch so eine Röhre da oben, ne? Muss ja schon irgendeinen Sinn haben. Deswegen, ich werde da nochmal eventuell informieren danach da. Mal gucken. Aber das Level geht ja noch weiter. Weil vielleicht komme ich jetzt halt gleich hier bei der rechten Röhre raus. Und muss dann den Weg mal von rechts nach links entlang schwimmen. Ne, doch nicht. Hm. Ich meine, das blöde ist ja, dass mir auch noch ein Tod fehlt. Und hier in dem Raum ist sogar auch nix. Also ja, wir merken jetzt wirklich, dass die Level jetzt wirklich mega lange teilweise werden. So. Find ich da vielleicht unter dir, genau. Ich wollte es gerade schon sagen, einen Schalter. Wunderbar. Um dann dort noch entlang kommen zu können. Sehr schön. Machen wir auch gleich. Und komm ich da hoch? Bitte, danke. Und holen uns dann weitere Münzen mit. Einige sogar. Sehr schön. Und dann hier finden wir Musikwechsel. Okay, jetzt bin ich hier oben. Okay, also ich gehe nicht von rechts nach links. Ich gehe immer noch von links nach rechts. Aber auf jeden Fall bin ich halt jetzt ein bisschen weiter oben. Und das erklärt dann noch die andere Röhre auch. Deswegen, ihr habt, das passt alles. Okay, sehr gut. So. Hätte man das auch noch geklärt. Wunderbar. Ja. Aber nichtsdestotrotz fehlt mir noch ein Toad, den ich dann gleich noch irgendwo finden muss. Und auch fröhlich von denen übrigens. Die dann auch hier lustige Schlangen, die dann entlang fahren. Und der Blooper macht auch eine lustige Acht. Einmal kurz töten. Am besten den Armen. So. Ja. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Die kann ich übrigens, glaube ich, auch nicht abschießen. Genau. Denen ist es ziemlich egal, ob ich die mit Wasserbläschen abschieße. Oder mit Luftbläschen, wie auch immer. Die werden das auf jeden Fall überleben. Aber Cheep Cheeps und sowas und Blooper kann ich damit eben schon besiegen. Was mache ich eigentlich für einen Scheiß? Keine Ahnung. So. Und jetzt dann gleich kommt noch hoffentlich ein Toad. Ja. Kommt noch einer. Sehr schön. Oder vielleicht auch ein Minispiel. Ich glaube eher, dass es dann hier noch ein Toad ist, der mir noch fehlt. Und zwar, hier sehe ich großen Treibsand. Das schreit euch jetzt nach einem Secret, oder? Ich habe schon den Eindruck. Mal kurz gucken. Ja. Wann habe ich mich jetzt sehr noch treffen können. Keine Ahnung. Und hier kann ich auf jeden Fall nach unten fallen. Wo bin ich gerade? Hier bin ich. Wunderbar. Und da finde ich jetzt aber noch ein Toad. Richtig. Ich sehe ihn noch nicht, aber der Rechts dürfte anders sein, oder? Ja, da ist er. Sehr schön. Yay. Thank you. So. Alles klar. Dann haben wir erstmal alles gefunden in dem Level. Sehr schön. Das freut mich doch. Und da rechts dürfen wir auch schon gleich das Ende kommen. Es sei denn, es ist so viel im letzten Level und es kommen noch tausend andere Räume. Kann auch sein. Aber ist okay. So. Und ein Stern. Yay. So. Drei Level geschafft und der Part ist sogar über eine halbe Stunde jetzt schon lange. Also das haben wir jetzt wirklich dann deutlich merken können. Die drei Level in diesem Part waren wirklich die längsten, die wir bisher hatten. Mit Abstand sogar. Weil ich meine, wie gesagt, in einem der ersten Parts haben wir halt schon mal dann in einem Part auch mal vier Level geschafft und das war dann nicht eine halbe Stunde. Und hier haben wir jetzt für drei Level halt über eine halbe Stunde gebraucht. Deswegen, ja, die Level werden schon echt länger und auch komplizierter. Okay. Aber ich würde dann erstmal sagen, das war es denn hier für diesen Part von Let's Play Super Princess Peach. Beim nächsten Mal geht es dann auch schon weiter hier in Welt 5 mit dem Abschluss von Welt 5, wenn wir dann mit dem Boss, den wir dann noch besiegen wollen. Mal gucken, wer uns dann hier in dieser Strand-Wasserwelt erwarten wird. Kann man sich vielleicht schon so ein paar Gedanken machen. Das ist nämlich auch thematisch sehr passend, wie ich finde. Und dann können wir auch schon mit der sechsten Welt dann beim nächsten Mal anfangen. Was auch immer dann das für eine Welt sein wird, ich weiß natürlich schon. Und was dann so sein wird, das werden wir dann beim nächsten Mal schon herausfinden. Okay. Auf jeden Fall würde ich euch dann noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.